Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play, Sonic Lost World für die Nintendo Wii U. Im letzten Part haben wir uns hier mit dem Lab abgequält und jetzt kommt Qual der zweiten Stufe. Frozen Factory Zone 2, wünsche mir schon mal viel Spaß bei der Hölle. Let's go! Was wäre, wenn ich dir sage, dass du die Einzige bist, die ich für schnell genug, schlau genug und schön genug halte, den blauen Igel zu versägen? Nun, dann hast du wohl die Richtige für den Job. Ah, das war so einfach, dass ich fast ein schlechtes Gewissen habe. Dude, Gewissen, wo ist denn dein Gewissen, Alter? So, jetzt sind wir ein mehr als fetter Schneeball des Todes. Na komm, hier wird ein Ball mit. Na komm, wir wollen Bälle rollen sehen. Oh, jetzt geht es glaube ich gar los. Da, 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 du, da, 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 da. Die Musik ist so geil. Perfekt. Es kommt. Erste. Yes. Sag mal. Was für Gedanken hast du denn? Ach, ich hinterfrag's lieber nicht. Hinterfrag niemals eine Zina. Keiner weiß, was sie will. Na gut, ich werde noch viel Spaß dabei haben. Okay, jetzt erst hole ich den roten. So und. Hep. Verdammt Dax. Nimm den Scheiß. Ganz blöder Plan. Jetzt darf ich's nochmal machen. Oder? Komm. Yes. Ich hab den roten. Jetzt kann ich einfach ganz ruhig dahin gehen. Perfekt. Danke für den Checkpoint. Danke für die zwei roten Ringe. Ich bin weg. Oh Gott. Jetzt wird's interessant. Oder auch nicht. Aber jetzt können wir auch nicht mal Ringe kassieren hier. Aber das Schlimmste kommt ja noch. Der letzte. Was geht mit der denn falsch? Das war blöd. Aber jetzt wollen wir weiter, ne? Wir wollen da oben. Kostenlos. Natürlich. Kommt's jetzt, ne? Da oben wartet schon unser Bingo-Tisch. Ne Bingo-Tisch. Billardtisch. Und wenn der kommt, dann hab ich richtig Angst. Hallo Bonbons. Danke. Danke. Jetzt wird's interessant. Weil jetzt kommt nämlich der letzte Tisch. Der wird Hardcore. Den hab ich nur mit Mühen immer geschafft. Ah. Bring dich um. Bring dich um. Bring dich um. Ich. Nein. Nein. Ich bring mich gleich um hier. Was? Du stirbst. Und ich gleich mit, ne? Meine Lähmchen gehen in den Arsch. Du verreckst. Das heißt, wir haben es verkackt. Mal gucken, ob ich das durchschaffe mit Gewalt. Ui. Nach diesem Tag brauche ich eine Maniküre, Pediküre und Avocado-Gesichtsmaske. Was geht mit der falsch? Erklärt's mir, Leute. Das ist jetzt eh egal. Ach Gott. Bring mich zum Kampfgeschehen. Geh, dich immer zum Kampfgeschehen. Wir werden die �ckeln gehen. Wir werden das nicht. Wir werden das nicht. Yes. Ah, fuck. Randi. Oh. Guckt's euch an. Das ist ein Lab, ey. So, komm her. Was ist eigentlich, wenn ich den mit Spin nicht attacke? Oh. Ja, leckete mich. Ob du führst, steht hier nicht zur Debatte. Ach Gott. Ja. Yes. Ich ruf dich doch nicht an, verdammt. Ich hab doch keinen Bock auf dich. Tschüss. Deine Leistung ist beeindruckend, kleiner Igel. Aber du bist zum Scheitern verurteilt, genau wie dieser dumme Dicken vorbegehe. Ich werde noch dicker, wenn ich euch weggeputzt habe. Ihr möchtet gern Eggman's. Wow. Deine Drohungen sind fast so lustig wie dein Schnurrmaut. Aber zu deiner Erfindung muss ich dir Glück wünschen. Je mehr Energie wird einer sterbenden Welt entziehen, desto stärker werden wir. Ja, hab ich auch gemerkt. Wo werdet ihr leben, wenn es diese Welt nicht mehr gibt? Ach ja. Euch gibt's dann auch nicht mehr. Ich mach euch die Hölle heiß, ihr Fieslinge. Ich zerstöre alles, was euch lieb und teuer ist und lass euch dabei zusehen. Selbst in HD macht mir Dr. Eggman Angst eigentlich sogar noch mehr. Meine Fresse und... Oh Gott, ich hasse den roten Ring. Ich werde auf jeden Fall nochmal in dem einen Part auf jeden Fall noch mal rein cutten. Auf jeden Fall. Ich meine, ich brauche auch die roten Ringe. Also dann. Ab nach Frozen Factory Zone 3. Wir müssen auch ein bisschen Casino spielen. Hölle Stufe 3. Ui, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's hier laserisch. Laserisch, was zum Teufel. Jetzt wird's interessant. Halt. Ich darf nicht die Coins treffen. Na ja, wenn ich den kicke, geht der mir kaputt da auf und dann hab ich ein Problem. Danke für die Coins. Und go. Aufladen. Oh, reicht nicht. So, das war nochmal testen, wie das geht. So. Help. Äh, fuck. Ich hab's dringend wieder da runter gehauen. Das ist ganz blöd. Ich hab schon ein Leben verloren. Ich darf keine Faisern für ein Leben verlieren. Ansonsten kommt der Flügel. Dann hab ich ein ganz großes Problem. Danke. Perfekt. Jetzt darf ich kein Leben verlieren. Und jetzt darf ich kein Leben verlieren. Und jetzt darf ich kein Leben verlieren. nochmal gucken wo ist er denn wenn ich kann manchmal so trennen will wie ich das brauche da da so ich muss aber genau die mitte kommt oder das ding hilft mir auch wenn ich anscheinend das glaube ich das zweite weniger glaube jetzt gas geben gas 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 ja ich weiß alle in dem schon den orbi zung jetzt und das ist keine lüge daran denke ich jetzt gerade auch jetzt kommt das übel ich habe angst nein so jetzt haben wir da auch geschafft nein Verdammt Ganz ruhig Ganz ruhig, ich schaff das Ich krieg's hin Nein Du Arsch Mir geht die Zeit aus Soll ich das doch mal alles machen What the fuck Komm Jetzt kann ich den Roten holen Aber Ich muss jetzt erst mal hochkommen Das wird schwer Wieso Checkpots juckt mich nicht Ihr könnt mir so viel Checkpots geben Bis ihr schwarz werdet Wieso komm ich jedes Mal da rein Hä 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 Oh, was stimmt da, ne? Der darf ich eigentlich die ganze Zeit da unten Komm Ich komm hier hoch Hä, was ist das? Danke Oh, was stimmt hier gar nicht mehr an dem Tisch Ich komm hier hoch Weil irgendwann habe ich keine Zeit mehr Das ist ja immer ein Zeitspiel Ich will ja auch nicht schneiden Ich kann nur so Lack Ey, das Ding ist unfair Komm, ja, fast! Ja! So, jetzt alles scheißegal, gebt Gas, Junge. Jetzt wirst du uns ganz, ganz schnell beeilen. Glocke! Du bist gemein! Okay. Und wo ist da der Rote? Ich hab, glaubst du, keine Ahnung. Jetzt gebe ich das auch nicht. Bitte, ziehe, bitte! Den finde ich noch. Offscreen. Aber wir haben's geschafft. Wir haben die Hölle hinter uns. Na gut, noch nicht ganz. Einen Ring der Hölle hab ich ja noch offen. Der. Und im nächsten Part... Uns fehlen Tiere. Verdammt! Darf ich erst mal auf die Tiere sammeln? Herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Also dann. Im nächsten Part geht's hier weiter. Kommentar war nicht vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control. Bis zum nächsten Mal.